Hallo, mein Name ist Farina Förster und gemeinsam führe ich mit meinem Mann Timo Förster seit 2011 Domino Friseur. Domino Friseur ist ein Familienunternehmen, was es seit 1976 gibt. Domino Friseur, ja, seit 15 Jahren bin ich schon hier und ich finde Domino Friseur einfach nur toll. Wir haben eine extreme Wertschätzung, wir sind auf Augenhöhe, was richtig Spaß macht ist, dass wir so ein Teamdenken einfach haben. Also jeder hat natürlich seine Kunden und seine Terminsparte, aber trotzdem, wenn man mal merkt, oh nein, ich komme in Zeitverzug oder die Kundin will noch das und das haben, aber ich schaffe das gar nicht von der Zeit. Oder wie soll ich das glossigen? Soll ich eine 10.1 nehmen oder doch lieber eine 10.8? Es ist hier halt echt sofort so Augenkontakt, jeder weiß, okay, da braucht einer Hilfe. Das macht echt Spaß, muss ich sagen. Teamwork wird bei uns wirklich gelebt und es ist nicht nur eine hohe Phrase, genau. Ja, und was wir auch machen ist Teambuildings, wir frühstücken samstags zusammen, wir haben echt Spaß. Ich vergesse die regelmäßige Weiterbildung nicht. Weiterbildung? Mindestens dreimal im Jahr Top-Trainer von Wella im Salon, um einfach sicherzustellen, dass wir auch fachlich immer auf der Höhe bleiben, was wir auch in unserem Standort hier auf jeden Fall machen müssen. Wir fahren aber auch ziemlich oft nach Düsseldorf zur Wella oder auch zu GHD, auf was wer gerade Lust hat sozusagen. Anfang des Jahres quatschen wir immer darüber und dann organisieren wir das. Zudem hat aber auch jeder hier eine geregelte Pausenzeit, Arbeitszeitkonto, nicht eine Minute, die ihr länger arbeitet, fällt unter den Tisch. Flexible Arbeitszeiten, Urlaubsgestaltung ist flexibel. Ja, voll flexibel. Willst du nur einen Tag, willst du vier Wochen am Stück, alles offen sozusagen. Und was mir noch wichtig war zu sagen, ist, dass ihr bei Domino wirklich was Krisenfestes habt. Also wir konnten als Beispiel auch in der Corona-Zeit, in den Lockdowns, die Gehälter voll weiterzahlen. Wir haben auch jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Krise immer noch wesentlich mehr Kundenanfragen, als wir überhaupt bedienen können. Und deswegen? Ihr habt bei Domino echte Zukunftssicherheit. Und? Wir haben einen Platz frei bei unserem Team und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du den Platz füllen würdest. Wenn du Lust hast, geh auf unsere Homepage unter Jobs, kannst du einfach schnell ein Kontaktformular ausfüllen. Ich melde mich sofort bei dir. Dann sagen wir schon mal willkommen bei Domino. Genau. Bis bald. Das war sehr gut.